Inspektion für Severin Lüthi in der PostFinance Arena. Hier wird er als Captain des Schweizer Davis Cup Team mit Federer, Wawrinka und Co. gegen Portugal im Einsatz stehen. Als grosser SCB-Fan ein Highlight für einen Berner. Mein Traum wäre schon als Spieler, als ich selber noch gespielt habe, wäre es eigentlich der Traum, dass man hier mal den Davis Cup spielen könnte. Von dem habe ich wirklich schon sehr früh geträumt. Jetzt geht der Wunsch in Erfüllung als Captain halt. Aber es ist gleich, es ist natürlich unglaublich. Severin Lüthi freut sich vor allem auf die Atmosphäre im Stadion. Als der SCB im Finale gegen Genf Servet war, kam ich mit Roger in einem Match. Dann waren wir dort bei der Lagerung. Als der erste, als der Roger gesagt hat, war er zum Qudinelli. Er war schon dabei und sagte, hier müssen wir auch mal Davis Cup spielen. Es ist wirklich eine Hühnerhaut-Atmosphäre. Auf das freue ich mich extrem. Der Captain des Davis Cup Team geht nicht nur an die Matchen des SCB, sondern kennt auch die Spieler. Wie zum Beispiel der Ivo Rüthema, aber auch der Romagnosi gut. Wer zwar jetzt in Amerika spielt, im Moment aber mit dem SCB trainiert. Der Severin Lüthi macht noch kurz ein Foto für Roger. Jetzt haben wir auch schon ein wenig. Es ist herrlich. Es ist mit Freude. Und dann geht es weiter. Tschöne, tschüss. Schauplatzwechsel, Tennis-Club, Dauhölzli. Auch hier trifft es Severin Lüthi mit dem Bühnenhuber auf einen alten Bekannten. Auf dieser Anlage durfte der Federer-Coach als Spieler selber viele Erfolge feiern. Einige Erlebnisse aus ihrer Zeit als Tennisspieler sind auf dem Schläger verewigt, den ihm Roger Federer vor zwei Jahren zu Genua geschenkt hat. Die Sachen, die sie von mir gewusst hatten, haben sie genommen. Und haben dann einen Schläger gemacht. Das ist ein cooles Souvenir. Hier sehen wir noch mit dem Schweizer Kreuz drauf. Und der Eivis Cup Captain steht hier noch. Mein Name hätte ich jetzt vielleicht nicht drauf getan. Aber auf jeden Fall ist es cool, dass wir das gemacht haben. Und seitdem spiele ich jetzt eigentlich immer mit dem. Zurück in die PostFinance Arena. Der Grosstag kommt immer näher. Severin Lüthi macht das letzte Mal Werbung für den Davies Cup in Bern. Der Vorverkauf ist extrem gut losgegangen. Es sind so viele Tickets rausgegangen. Und wie gesagt, es hat noch Tickets. Es hat noch einige, die man auf der Swiss Tennis Homepage bestellen kann. Und von daher geht man davon aus, dass es ausverkauft wird. Und dass es eine riesige Stimmung geben wird.